Heute ist internationaler Hoodie-Hoo-Tag. Das bedeutet, ich suche mir gleich Leute, mit denen ich den Winter vertreiben kann und den Frühling herbeirufen kann mit einem lauten Hoodie-Hoo-Ruf. Dazu springt man hoch, reißt die Arme nach oben und es wird langsam echt Zeit, denn so schön dieser ganze Schnee hier auch ist, hallo, es ist Mitte Februar, jetzt reicht doch langsam, wir wollen Frühling. Wir springen hoch, reißen die Arme nach oben, schreien laut Hoodie-Hoo und dann kommt der Frühling, ganz einfach. Was? Hoodie-Hoo! Ja, ich bin dabei. Eins, zwei, drei... Hoodie-Hoo! 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 Ja!